Der europäische digitale Binnenmarkt ist ein ganz großes und wichtiges Thema für die europäische Wirtschaft und auch für die deutsche Wirtschaft, aber auch für uns in Deutschland als Gesellschaft. Denn heute haben wir einen Flickenteppich von 28 unterschiedlichen Regelungen, sei es im Datenschutz, sei es in der IT-Sicherheit, in allem, was das digitale Thema betrifft. Das kann man in einer globalisierten Welt so nicht bestehen lassen. Wir brauchen einen einheitlichen Wirtschafts- und Rechtsraum in Europa, denn nur so sind wir konkurrenzfähig, etwa mit Amerika oder mit den asiatischen Staaten. Das ist die große Chance für Europa und die müssen wir jetzt nutzen.